Das sind die vermögendsten Immobilienbesitzer in der Schweiz. Amagerbin Eva-Maria Buchner-Heffner hat viel Betongold in ihrem Portfolio. Sie hat ein Vermögen von 4 bis 4,5 Milliarden Franken. Der vermögendste Immobilienbesitzer der Schweiz war Augustus von Fing. Sein Vermögen wird auf 7 bis 8 Milliarden Franken geschätzt. Er hat vor allem Immobilien an Top-Lagen. Frau Agnelli dem Palen gehört zu den Immobilien-Milliardärinnen der Schweiz. Ihr Vermögen besteht hauptsächlich aus prestigstrecklichen Immobilien. Sie wohnt mit ihrem Ehemann am Ganfersee. Selbstmeld-Millionär und Immobilien-Mogul Guido Fluri. Sein Vermögen soll 350 bis 400 Millionen Euro betragen. Christian Konstantin, Präsident des FC Sion ist Immobilienentwickler. Sein Vermögen wird von 300 bis 350 Millionen Euro geschätzt. Folgt mir und erfahr mehr über Immobilien.